Hier präsentieren wir die 5 beste Mikrowelle mit Backofen-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bauknecht Jet Chef MW 179 in Edelstahl 5 in 1 Multifunktions-Mikrowelle. Der Bauknecht Jet Chef MW 179 ist ein High-End-Gerät mit dem größten Garraumvolumen von 33 Litern. Damit können Sie wirklich große Gerichte und oder Mahlzeiten für die ganze Familie zubereiten. Der Chef ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten und Funktionen. Grill, Dampfgarer, Knusper- und Heißluftfunktion, Schnellstart, Gewichtsautomatik, Memere-Funktion, digitale Steuerung, Feuchtigkeitssensor, Timer-Automatik, Garraumbeleuchtung, Auftauprogramm und Kindersicherung sind nur einige der Funktionen. Nr. 4. Boman MWG 2216 H-App Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft Wenn Sie einen Mikrowellenherd in Ihre Küche stellen möchten, ist die Boman MWG 2216 H-App geeignet. Der Aufbau ist einfach und übersichtlich. Neben der Mikrowelle verfügt sie über einen Grill und eine Heißluftfunktion. Die Grillfunktion hat eine Leistung von 1100 Watt und sorgt für knuspriges, goldbraunes Grillgut. Mit der 2500 Watt Heißluftfunktion können Sie Temperaturen von 130 bis 220 Grad Celsius erreichen. Pizza, Aufläufe, Kuchen, Muffins und andere Backwaren können nun im Backofen zubereitet werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Severin 2 in 1 Mikrowelle mit Grill 700 W Die Severin MW 7874 2 in 1 Mikrowelle besticht als benutzerfreundliches Gerät mit nützlichen Funktionen. Sie enthält neben der Möglichkeit, das Essen zu erwärmen, auch eine Auftau- und Grillfunktion. Die Mikrowelle hat eine maximale Leistung von 700 Watt, während der Grill eine maximale Leistung von 900 Watt hat. Ein elegantes Design innen und außen, ein lackierter Garraum und eine Innenbeleuchtung runden dieses attraktive Paket ab. Nummer 2. Bauknecht Chef Plus MW 49 SL 5 in 1 Multifunktions Mikrowelle Die Bauknecht Chef Plus MW 49 SL ist eine echte Multifunktions Mikrowelle, die sich durch ihre hervorragende Verarbeitung auszeichnet. Diese Mikrowelle liefert großartige Kochergebnisse, egal was Sie kochen. Die Chef Plus verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Kochergebnisse auf ein neues Niveau heben. Eine Dampfgarfunktion für knackiges Gemüse, eine Crisp-Crisp-Frei-Funktion für knusprige Pizza und Pommes fris und eine Brotauftauschstufe zum schnellen Auftauen und Aufwärmen von Brötchen, Crudissans und Baguetes sind nur einige der Optionen. Und die Nummer 1 unserer Liste, KASO MCG 25 Chef 3 in 1 Mikrowelle mit Grill und Heißluft 1950 W. Die Mikrowelle KASO MCG 25 Chef ist ein vielseitiges Gerät. Mit dieser 900 Watt Leistungsmikrowelle gelingt Ihnen jedes Gericht, egal ob Sie kochen oder backen, aufwärmen oder auftauen, überbacken oder grillen. Mit der KASO können Sie je nach Gericht ganz flexibel aus einer Reihe von Optionen das am besten geeignete Programm auswählen. Zur Auswahl stehen 6 verschiedene Kombinationen und 9 Garprogramme sowie eine Heißluftfunktion, die bis zu 200 Grad Celsius erreichen kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.